Hallo und herzlich willkommen zurück. Für das heutige Video solltest du den Pythagoreischen Lehrersatz gut im Kopf haben, du solltest wissen, wie die Vektordarstellung aussieht und auch mit Vektoren rechnen können. Das Ziel für dieses Video ist es, die Länge bzw. den Betrag eines Vektors zu berechnen. Es geht also um das Fenster Betrag eines Vektors vom Arbeitsblatt Vektorrechnung im Raum. Für die Länge bzw. Betrag des dreidimensionalen Vektors V mit V1, V2 und V3 gilt. Die Länge bzw. Betrag von V ist gleich die Wurzel aus V1 zum Quadrat plus V2 zum Quadrat plus V3 zum Quadrat. Aber warum ist das so? Wir suchen nun eine Begründung für diese Formel und gehen wie im Video zuvor von diesem f, also unserer Diagonale der Grundfläche aus. Und f können wir berechnen, mit Hilfe des Pythagoreischen Lehrersatzes wieder, mit der Wurzel aus V1 zum Quadrat plus V2 zum Quadrat. Nun zurück zur Länge bzw. Betrag von unserem Vektor V. Das heißt, wir wollen diese Länge dieses Vektors berechnen. Dazu können wir diese Diagonale unserer Grundfläche, klein f, verwenden und brauchen auch noch unsere Höhe V3. Das heißt, die Länge bzw. Betrag von V ist die Wurzel aus F zum Quadrat plus V3 zum Quadrat. Nun setzen wir wieder für F die Komponenten V1 und V2 ein und bekommen die Wurzel aus V1 zum Quadrat plus V2 zum Quadrat plus V3 zum Quadrat. Und schon haben wir die Begründung für diese Formel gefunden, die wir jetzt in Zukunft noch einige Male brauchen sehen. Werden. Vielen Dank.